Und oben sitzt für Slowenien, Startnummer 48, Domen Preuz. Meine Güte, muss der Redel der Domen Preuz, sonst wäre es fast zu weit gegangen, wenn er nicht so korrigiert hätte. Und 221 Meter, 221 Meter, bin gespannt, was Markus Eisenbüchler dazu sagt. Ja, die ganz cool war. Wir erinnern uns vor ein paar Stunden noch in der Hängematte in der Riesenhänge.